Die EAFC Web App ist draußen. Ich habe meinen Start absolviert und ich gebe euch ein paar Tipps und zeige euch, wie ich es gemacht habe, damit auch euer Start extrem gut wird und jetzt schon mal ein bisschen vorsorgen können für Freitag, wenn dann EA wirklich rauskommt. Bleibt bis zum Ende dran. Sehr wichtige Infos heute. Wir gehen rein. Let's go. Peace, Mates. Was geht ab? Und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen bzw. zum allerersten richtigen EAFC Video. Wir starten direkt rein ohne großes Vorgeplänkel. Ihr wisst, worum es geht. Die Web App. Heute ist sie gekommen. Zwei Tage vor Release der Ultimate Edition. Denn übermorgen am Freitag können wir dann endlich wirklich EAFC spielen. Wir gehen jetzt aber erstmal rein in die Web App. Ich hoffe, ihr habt alle eure Codes rechtzeitig bekommen. Welcome back Marvin Junior. Get started. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ihr wisst ja, was hier läuft. Wir gehen jetzt mit unserer Nation, unseren Trikots und so weiter und so fort erstmal rein. Nation. Nation, Jungs, ihr wisst es. Ganz Classic. England, Brasilien, Frankreich, Argentinien, Spanien, Portugal sind so die Besten mit, was SBCs angeht. Ich entscheide mich jetzt erstmal zwischen Brasilianer und Franzosen. Ich gehe auf Brasilianer und hoffe da einfach auf Schnelligkeit. Vielleicht ein, zwei Spieler schon für ein Starterteam, für mich selber. Und den Rest kann man natürlich in SBCs einbauen. Wenn, ja, das Team wurde quasi erstellt. Fast alles Bronze. Ey, wir haben Dante, den kennt man ja sogar. 32 Pace, sehr stark. Ja, Vinicius ist mit 71 Pace. Ja, geht. Oh, Henrique, 73 Pace, 76 Pass, 79 Dribbling. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ähm, aber das wird dann eher doch was werden für, ähm, ja, für SBCs. Wir haben jetzt ja auch keinen krassen dabei. Wobei, der hat 78 Pace. Ja, aber wir wollen uns hier nicht auf diesen, auf diese ganzen Spieler drauf, ähm, ja, irgendwie drauf einpochen. So, jetzt haben wir einen Leihspieler. Boah, der, die IV, wen nehmen wir denn da mit? Da passt ja eigentlich Marquinhos ganz gut rein, ne? Aber der ist halt nicht so, Rüdiger wäre halt schon besser, ne? Wir nehmen mal, wir nehmen mal Rüdiger mit, Jungs. Wir nehmen mal Rüdiger mit. Alles Gott, wir nehmen Rüdiger mit. Für die IV, nehmen wir mit, passt so. Jetzt das Trikot, ganz wichtig, Jungs. Ähm, boah, was nehmen wir für eins? Ich würde sagen, wir nehmen RB Leipzig, ne? So hier mit das Größte. Nürnberg, Birmingham. Wir nehmen das RB Trikot mit. Auswärts haben wir hier was Cooles. Toaia, Chelsea. Oh, nee, Bayern hier oben. Bayern Trikot. Nehmen wir auch mit. Wird auch ein bisschen was kosten. Wappen, oh ja, direkt Liverpool. Nehmen wir mit. Da haben wir alles. Brasilianer, die Kids von RB Leipzig, Bayern. Das Logo von Liverpool und Rüdiger als erster Spieler. Wir starten. Wir gehen rein damit jetzt. Es hieß immer, es gibt keine Packs, keine Trade-Able-Packs. Ich weiß nicht genau, was es jetzt geben wird. Das erste und das Team of the Week haben wir jetzt schon mal draußen, ne? Ähm, boah, was haben wir denn? Boah, Champions-Stadion-Bündel, Nike-Bündel. Boah, wir haben hier direkt die ersten Bündel. Packs und so weiter und so fort bringt uns ja aber erstmal nix. Das Team of the Week, das ist interessant, Freunde. Robert Lewandowski haben wir unter anderem. Pordübala, Mohamed Salah, Aldavarzi von Krankenpace. Ihn kann ich gar nicht aussprechen. Mkhitaryan, Haljovic, Lamte, Hummels. Packs, boah, es ist ein starkes Team, Jungs. Es ist ein cooles Team, das Team of the Week, Salah, direkt. Nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, habe ich diese Willkommens-Packs jetzt schon bekommen? Oder habe ich jetzt gar nichts bekommen? Da muss ich sagen, bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Packs, Classic-Packs. Ah, wir haben hier gar nichts. Preview-Pack, das machen wir erstmal auf, das Preview-Pack. Boah, Adams, ist okay. Premier League, Stetson, okay. Boah, ManCity, oah, Aua. Das ManCity-Logo, das kostet auch ein bisschen was. Aber wir würden hier die 7500 Coins wahrscheinlich eh nicht rausbekommen. Deswegen ist es nicht so schlimm, finde ich. Wir haben 25 Items. Wir haben ein paar Verträge. Die sind aber alle untrade komplett. Sonst im Store waren wir schon, im Stadium. Boah, ist ja auch alles untrade hier. Was wir uns aber jetzt schon mal mitnehmen könnten. Foundation 1. Oh ja, nicht schlecht. Vier Teams müssen wir allerdings hier abgeben. Mindestens ein Common. Wir gehen mal rein in die SPC, ne. Also es muss hier mindestens ein... Bronze, okay. Bronze-Spieler haben wir auf jeden Fall genug. Da können wir ihn hier abgeben. Submint. Der kann weg. Und da haben wir schon mal das erste Bronze-Pack. Zwei Player. Die müssen ja beide Bronze sein, ne. Da hatten wir aber auf jeden Fall auch genug gehabt. Sicher, sicher, sicher. Die SPCs, Jungs, würde ich euch zum Start auch auf jeden Fall empfehlen. Könnt da mitnehmen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die tradable sind oder untrade. Das sehen wir aber auch gleich. Ist aber auch egal, weil es können auch Spieler da reinkommen, die ihr weiter für SPCs nutzen könnt. Weil irgendwann kommen ja mal tradable SPCs. Wann auch immer, aber irgendwann kommen sie auf jeden Fall. Und, ähm, naja. Selbst wenn nicht, dann könnt ihr die immer noch nutzen, ähm, das Ganze für euer Starter-Team, ne. Aus den Packs können natürlich auch gute Sachen rauskommen, ne. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Da kommt den Goldkeeper, können wir ja mit reinstellen. Ich glaube, die Position war ja egal. Was wir da wie, wo hinstellen, kann auch weg. Damit haben wir jetzt die erste SPC fast schon durch. Wir müssen nur noch vier Common-Spieler hier mit abgeben. Dann war's das schon. Jungs, ihr könnt ja einfach herrlich eure Bronze-Spieler, und das sind ja nicht gerade wenig, die man bekommen hat, wie ihr jetzt bei mir auch gesehen habt, geht schnell abzugeben. Kann man schnell reinpacken. Braucht man auch bei den Bronze-Spielen sich jetzt keinen Kopf machen. Die können alle weg. Na, die können wirklich alle, alle weg. Da sie eh untrade sind, brauchen wir auch nicht spekulieren, dass hier irgendwas steigen könnte. Oder so ähnlich. Der muss noch im Sturm. Dann haben wir das jetzt hier. Submit anyway. Weg damit. Rewards, ein, two-player-Packs, okay. Untrade war's auf jeden Fall, hab ich jetzt nochmal gesehen. Und damit haben wir diese Packs. Wir haben ja auch Packs bekommen, so 84 plus und so weiter zu mal spielen. In FIFA 23, die werden wir dann wahrscheinlich aber erst bekommen, wenn EA dann richtig losgeht, ne. Gehen wir erstmal rein hier ins erste Bronze-Pack. Da wird das nichts Speziales rauskommen. Ja, oder das ist immerhin alle 76 Pays, ne. Aber hier kommt ja auf jeden Fall nix raus. Das werden wir auf jeden Fall nicht schnell verkaufen, weil ja auch... Muss man die alle einzeln zum... Ne, oder? Quickshell? Ist doch... Ah, hier oben muss man drauf gehen, um alle reinzupacken. Ist auch neu, ne. Ist auch neu, ne. Dass man da oben auf diese drei Striche gehen muss, um alles abzugeben. Ne, das ist, glaube ich, neu. Also abstoßen wäre ja absolut Quatsch, Jungs. Normale Bronze-Spieler, normalen Packs könnt ihr abstoßen eigentlich, so gut wie alle. Man kann auch bei ein paar gucken, wegen SBCs. Aber da das hier eh alles Android ist, nehme ich die alle mit für spätere SBCs. So, ein Silber-Pack, hier könnte es interessant werden, weil hier können schon spielbare Karten drin sein für ein Starter-Team. Aber das sah jetzt nicht so aus. Ne, das sieht wirklich nicht so aus. Okay, dann nehmen wir das mit und haben jetzt schon mal das erste Gold-Pack, ne. Komm, ey, gönn. Eine seltene Karte. Frankowski. Oh, der hat zumindest 91 Pace, für ein Starter-Team gar nicht schlecht. Die erste... Ne, die zweite Frau, wir haben schon eine, sieht da nicht so gut aus. Frankowski für ein Starter-Team ist zwar kackt zu linken, aber hat 91 Pace, ist Außenspieler. Okay, Store All-In-Club, nehmen wir mit, gar nicht mal schlecht. Wir haben einen Haufen Verträge, ne. Die sind aber alle, alle ausnahmslos hier untraden, ne. Wir haben auch nichts, was wir jetzt hier verkaufen könnten. Wir haben aber ein was, Jungs, und das solltet ihr auf jeden Fall auch alle machen, wenn ihr auf euer Team geht, ne. Wir haben jetzt hier einen Squad, der ist bei mir Stream-Squad gerade, Remove-From-Squad, weil ich, glaube ich, gar kein Außen-Seitig... Ah doch, ah klar, wir haben ja noch welche. Packen wir ihn mit rein. Und hier, habt ihr gesehen, Swapped. Wir haben nämlich Aufgaben. Jetzt muss ich erstmal selber schauen, wo haben wir denn die Aufgaben? Wir haben die Aufgaben hier, also erstmal der Battle Pass, den habt ihr alle schon gesehen, der ist insane. Also, geile Packs jetzt schon. Verschiedene Aufgaben und auch hier gibt es schon mal Rewards, ne. Sachen, move, lese ich dann einfach selber durch. Buy a new Kit, da bekommen wir 100 Coins. Buy a new Club Badge, da bekommen wir 100 Coins. Founders, ähm, SPC 2 Group. Das muss man noch machen, da gibt es ein Pack. Complete, ähm, die 1, das haben wir schon mal gemacht. Claim all Rewards. Können wir mitnehmen, dann haben wir ein Small Mixes Customize Pack. Und wir bekommen Coins für verschiedene Aufgaben, wo wir irgendwas kleines kaufen müssen. Oder auch oft nur irgendwas umstellen müssen im Team. Diese Aufgaben gibt es auch, wir gehen rein. Hier sind ja nur, ähm, ja, solche Banner und so weiter drin. Hier sind jetzt, die sind aber, ah, schade. Die sind leider untraded. Das wäre, das wäre stark, wenn die trade wären. Aber die sind leider alle untraded. Und da würde ich mir an eurer Stelle dann auf jeden Fall, ah, hier haben wir doch die ganzen anderen SPCs freigeschalten. Und die sind echt ziemlich, ziemlich interessant hier. Ich habe das Ganze erstmal auf Deutsch umgestellt, weil es einfacher ist, was Aufgaben angeht. Wir haben bei der Saisonjahlen Aufgaben, also die Ziele quasi früher, 5 SPC Abschlüsse, 50 Angebote, 50 Verkäufe, Ziele, 3 Tore, viel mit Spielen. Sind wir erstmal raus. Sind wir erstmal raus. Aber wo wir gehen können, sind die Meilensteine. 100 SPCs, 50 SPCs, 25 SPCs. Ist ein bisschen heftig. Wo es bei mir losgeht, ist, schließe die Ultimate, ähm, Moments Group ab, schließe die Weltklasse Group ab und so weiter und so fort. Ähm, und wir haben ja auch viele Aufgaben. Gut, es sind wieder Rivalsiege und so weiter. Wir haben aber verschiedene Aufgaben, wo wir auch, ähm, ja, Teams abgeben müssen, wie bei den Grundlagen zum Beispiel. Da ganz einfach, habt ihr gerade gesehen. Habe ich schon 1 und 7. Die Kaderverbesserung. Da haben wir jetzt noch Aufgaben wie, wende einen Chemist-Style an. Setze einen Profi-Vertrag ein. Kaufe einen Profi-Vertrag. Da machen wir jetzt Folgendes, Jungs. Damit würde ich anfangen. Macht das Tippel-Tappel-Tour. Geht rein. Ich würde gucken, hier, zack, der Typ sieht nicht schlecht aus. Ähm, machen wir einen Chemist-Style. Na, haben wir leider keinen. Machen wir erstmal einen Vertrag auf den Mann. Silber-Vertrag, zack. Haben wir gemacht. Das heißt, wir haben schon wieder eine Aufgabe jetzt gemacht. Das ist wirklich Tippel-Tappel-Tour. Können hier Boni abrufen. Bekommen 100 Coins. Und damit haben wir die ersten 100 Münzen gemacht. Nehmt diese Aufgabe mit. Kaufe ein neues Trikot. Kaufe ein neues Vereinswappen. Holt ihr einen Stern. Gut, das ist wieder zum Spielen. Also es wird auf jeden Fall hinauslaufen, dass wir erstmal hier oben das Ganze machen. Zwei von sieben. Also erstmal, wende ein Chemist-Style an. Ja, kaufe einen Profi-Vertrag. Biete einen Profi an. Wir haben jetzt keinen zum Verkaufen. Das würde schon mal rausfallen. Kaufe einen Profi-Vertrag. Das ist doof. Wende einen Chemist-Style an. Chemist-Style haben wir keinen. Wir können höchstens gucken, ob wir einen Vertrag auf dem Transfermarkt kaufen können für unter 100 Coins. So, Vereins-Items. Ne, Verbrauchs-Items brauchen wir. Einen Vertrag. Und jetzt gucken wir mal, Gebotspreis. Das ist maximal Sofortkaufpreis. Boah, wäre eigentlich gut, wenn wir sofort kaufen könnten, ne? 200, aha, es geht nichts unter 200 Münzen leider, wie ich gerade gesehen habe. 150, okay, das würde sich Coins-mäßig nicht lohnen. Dass wir jetzt 150 ausgeben, um 100 zu bekommen. Das würde sich nicht lohnen. Und, finde ich, würde sich absolut nicht lohnen in unserem Fall. Was sich lohnt, meiner Meinung nach, sind diese SPCs. Das sind absolut diese SPCs. Wir haben hier ein Gold. Das ist schwierig am Anfang. Man soll bei den Grundlagen hier reingehen. Grundlagen 2. Und die dann versuchen abzuschließen und sich immer schön an den Zielen hier zu halten. Gerade bei den Grundlagen. Gerade bei den Grundlagen ist es nämlich wichtig, dass wir die hier alle Tippel-Tappel-Tour nacheinander machen. Die nächste Aufgabe habe ich gerade gemacht. Wir müssen 12 Chemie-Punkte aufbauen. Kriegt ihr da hin? Das sind die Spiele, die ich gezogen habe. Ihr kriegt das genauso hin. Gar kein Problem. Und da haben wir jetzt die nächste Aufgabe hier gemacht. Ihr seht, wir haben jetzt schon 2 von 7. Und die anderen müssen wir uns einfach hintereinander. Und auch wenn es wirklich belastend ist. Es macht auf Dauer auch keinen Bock. Aber wir müssen das machen. Wir haben nämlich keine andere Wahl. Denn ganz einfach, die ganzen Packs in Untray. Das heißt, wir müssen diese Aufgaben machen. Wenn ihr aus Aufruhrzeichen geht, seht ihr die ganzen Aufgaben. Ihr seht schon, ich habe 2 jetzt schon weg. Warte mal kurz. Ich habe doch gerade... Hä? Warum habe ich die Aufgabe nicht bekommen? Warte, ich habe doch 12 Chemie-Punkte. 12 von 13. Machen wir nochmal neu hier. Ich habe doch gerade bekommen. 12 von 33. EA ziehe mich jetzt hier nicht ab. Grundlagen. Hier steht sogar 2 von 7. Und dafür, was gab es denn dafür? Den Chemist-Style. Den habe ich bekommen, oder? Das war jetzt mein Fehler. Den habe ich bekommen. Und damit, mit dem Chemist-Style, gehen wir jetzt rein. Und den können wir jetzt, ähm, anwenden. Hä? Aber wo ist der Chemist-Style? Ich habe den doch schon bekommen. Hä? Yay? Wo ist mein Chemist-Style? Auf jeden Fall hat sich die Web-App gerade ein bisschen aufgegangen bei mir. Ich komme auch gerade in die Packs nicht rein. Aber ihr bekommt den Chemist-Style. Den könnt ihr einsetzen. Bekommt dann wieder Coins. Macht nächste Aufgabe wieder Coins. Wirklich hintereinander weg. Das war jetzt einfach mein Start in die Web-App. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Start gehabt. Jungs, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr jetzt vielleicht schon gezogen habt. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einem neuen Video. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall da euch nach oben da. Ein Abo. Wir sehen uns bis dann rein. Aber nicht in den Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell Dippe-Dippe-Tapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, plop, platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Gülle, Gülle, dasi, Danja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao. Bye, bye und adieu.